Hi ihr Lieben, ich bin's wieder, Jess aka Inner Riot und ich darf euch heute das 19. Türchen des Elbenwald Adventskalender-Gewinnspiels vorstellen. Dazu entführe ich euch in eine weit weit entfernte Galaxis, denn mit dem Millennium Falcon Waffeleisen geht es ins System der Genüsse. Die Zeit der langweiligen Waffelform ist vorbei, denn dieses Waffeleisen schafft den Korsalflug in unter 12 Parsecs. Naja, oder macht einfach nur die leckersten Waffeln der Galaxie. So und wenn euch jetzt auch schon das Wasser im Munde zusammenläuft, dann schaut einfach auf die Website www.elbenwald.de und nehmt dort am heutigen Gewinnspiel teil. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findet ihr da auch nochmal und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Glück und einen wunderschönen Start in die Weihnachtswoche.